Hallo zurück! Im Sinkhole! Wir sind endlich unten! Boah, Alter, aber mit... Ach und Krach, ne? Ich war schon tot. Bin runtergerutscht aus Versehen und er hat's dann Gott sei Dank noch geschafft. Wie bist du hier eigentlich hochgekommen? Hochgeklettert. Ich kletter jetzt damit wieder runter. Es war irgendwo hier. Hä? Wie komm ich hier wieder runter? Ja gut, hier kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man hier... Uubala. Ach, siehste, ich hab nicht mal Leben verloren. Guck, da ist dieser fette... Oh! Ist das die Tür? Die Tür ist grad aufgekommen, hast du das Axien? Nö, bei mir ist die Tür zu. Ah, jetzt geht die Tür auf. Wollen wir hier reingehen oder wollen wir erst mal das Loch durchsuchen? Ach, hier ist wieder... Da ist wieder so ein Altar. Ne, guck, ich glaub, das ist der offizielle Weg. Hier kommt man da rein. Hier ist wieder das Altar, wo man's drauflegt und dann... Ja, das dann gehen wir hier raus. Schauen wir erstmal hier, was wir hier alles zerstören müssen, was wir alles töten müssen. Ja, warte, ich muss mal schon Medizin nehmen. Snack. Ahja, Snack ist gut. Trinken. Gut, meine Wasserflasche ist jetzt nochmal ein Snack. Take, 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 take. Oder wollen wir schnell ein Feuer machen, weil ich hab eh so viel Fleisch dabei. Jetzt würde ich... Weil ich hab nur noch 10 Ding. Achso, hast du wieviel Sticks hast du? Ich hab keine Sticks mehr. Ich hab auch keine Sticks mehr. Scheiße. Shit. Ah, da legen Knochen. Er esse halt schon einen Snack. Ja, ich esse dann schnell einen Snack. Die finden wir ja schon wieder. Snack. Wo ist eigentlich diese Mutanten jetzt? So. Scheiße nicht. Geh mir leid mal bitte mal zusammen, weil nicht dass der plötzlich da her springt und wir dann beide voll am Arsch sind. Aber wenn ich so hoch schaue, das sieht so geil aus, ne? Ja, schon der war's, ne? Leckt mich am Sack. Kann man hier hoch gehen? Ach, das ist Wasser. Kann man hier hochlaufen? Ne. Wieso klettern? Hey, ich hab ihn gefunden. Achja. Hey, das ist... Ne, ich hab zwei andere Mutanten gesehen. Die komischen mit den Armen hab ich gesehen. Wie zielt man jetzt mit dem Ding? Kannst du mir das sagen? Äh, mit gut Glück. Also ich hab's halt nur im Nahkampf ausprobiert, ne? Ich schau mal, ich schau mal, wie ich ihn schieße. Was zum... Und weg ist es. Ja. Na, das geht nicht. Ich seh grad gar nichts. So. Ähm, ja. Ah, das sind zwei von denen. Oh Gott. Kommst du hier hoch? Ja. Ja, ja. Das sind immer zwei von denen. Burn, burn, burn. Warum schie... Hä? Was ist mit meinen Flares? Oh, ich komm nicht hoch. Oh Gott. Der ist aber doof, ne? Der irgendwie merkt der jetzt das nicht. Aber das ist... Das ist nicht so schlimm. Äh, wieso hab ich keine Flares mehr jetzt? Wieso schieße sie nicht mehr? Hä? Hä, ich hab doch noch Flares. Wieso kann ich das nicht? Alter, der ist voll abgeprallt. Nein! Der kommt da hoch! Äh. Das hätt ich nicht gedacht, dass der hier hochkommt. Der, 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 der... Oh, shit, 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 shit! Verdammt. Oh, ich hab keine Ausnahme mehr. Ich muss kurz... Das heißt, es war quarreig genug Flares glaub' ich. Ist nicht so ruhig, ich will einen Helden sind ja auf den. Ah, eh, ist er s Olaf. Hey, es brennt er wieder. Ich hab schon wieder hungrig, die Snacks bringen ja gar nichts. Ja, nur ganz kurz. Wir haben leider halt keine Sticks. Wo ist denn der? Da ist er. Warte, ich werfe mal ne Bombe. Ja, genau. Von dem haben wir eh so viel. Hab ich schon da vergessen. Nein, jetzt läuft er wieder. Oh nein, Bombe. Jawoll, nein, daneben. Ja, er rennt hin. Nein. Das ist doch kacke, Mann. Ich dachte, ich hab ne Haftbombe. Bleibt nicht bei dem Kleben, oder wie? Ja. Komm her. Explodier. Ja, jetzt läuft er weg. Aber ich hab ihn, glaub ich, gut erwischt. Komm schon. Nein. Wow. Ich hab jetzt ne Haftbombe. Ich hab auch ganz ne Haftbombe. Aber die bleiben nicht am Boden. Das ist blöd. Komm schon. Komm her, komm her. Wow, Alter. Geht's ja gut, ne Medic, wenn's nicht geht. Komm schon, bitte explodier. Ja, ja, nein. Nein. Da läuft er immer davon. Gut, also gegen den ist es glaub ich ziemlich scheiße. Äh. Dann halt nochmal ne Fläger an da. Ist doch krass. Ja, scheiß drauf. Lass auf. Na komm's. Ja, ich hab keine Medics mehr. Ja, dann mach deine Medics nicht selber. Ja, ja. Ich hab die ja noch nicht. Ich wollte ja grad sagen, ich hab noch fünf selbst gemacht. So, warte auf mich. War's das? Hä, ach so, guck's mal. Hä, geht's denn nochmal rum? Ach, hier ist doch was da. Okay. Ist das genau die Mitte? Oder? Siehst du, das können ungefähr die mit... Hä, da hat ein Poffer oder sowas. Irgendwas ist da. Vielleicht sind da Flares drin oder, oder Medic oder... Ah, ja. Alter, aber ich hab von oben zwei mitgegeben. Oh, alle sind viele Kisten hier sind. Ich hab... Aber da ist nix drin. Schau mal dahin. Da sind ganz viele. Da war nix drin. Oh, Flares. Wunderbar. Oh, ich bin voll mit Flares. Warum bin ich voll mit Flares? Ich hab doch eins geschossen. Wie unlogisch. Ja, die Flare-Gun war schon geladen. Muss dann wieder kombinen. Muss wieder Flares dazuhauen. Gut, die kann man nicht kaputt machen. Komischerweise. Das muss man immer erst mal... Ja. Wieso kann man die jetzt nicht aufmachen? Kann man die denn mit ner Fackel vielleicht aufmachen? Wie viele Flaires kann man denn zu so ner Ding reinquetschen? Ja. Wie viele, weil ich hab jetzt alle reingehauen. Sind jetzt auch alle da drin, oder wie? Ich denke schon. Ich bin mir nicht sicher. Ah, hier ist ein Circuit Board. Na gut. Cool. Aber keine Medic oder sowas, was man brauchen könnte jetzt. Hä? Wieso kann man denn diese Cartons eigentlich nicht kaputt machen? Das ist ein bisschen kacke. Aber irgendwie haben wir... Hier ist das Circuit Board bei mir auch noch. Hä? Wieso kann ich das nicht aufheben? Ach doch jetzt. Eins zumindest. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Bombe. Aber irgendwie ist hier gar nichts. Oder hä? Geht's hier ganz normal runter? Ähm. Jetzt hab ich vergessen. Ah, okay. Hier geht's unter Wasser weiter. Unter Wasser, oder wie? Ja, da ist nochmal so ein Höhleneingang. Ich hab noch zwei Bomben erstellt. Und dann kann ich die zwei Circle Boards mitnehmen. So. Wo ist denn du? Ich würd gern da mal hoch, oder so. Warte. Ich versuch da mal. Ist da ein Höhleneingang? Nö. Dacht ich. Ist hier nochmal was? Ähm. Ja, ich komm hoch. Das ist geil. Komm schon. Wo bist du denn? Äh. Nein. Hier geht's nicht hoch. Geht's hier hoch. Und dann da rüber springen. Vielleicht so. Woah. Jawoll. Es hat funktioniert. Geil. Dann komm ich hier hoch vielleicht. Jawoll. Aber ich hätte irgendwie ein bisschen was erwartet, dass da irgendwo vielleicht noch irgendwas umhängt. Ja, aber von oben. Ich war mir so sicher, dass ich so zwei mit Armen gesehen hab. Und so die vielen Arme. Die hab ich auch gesehen, ja. Wo sind die? Einfach die spawnen, oder was? Gibst du da hoch? Komm mal, jetzt. Ja, okay. Aber da ist das Loch. Ja, ich seh's. Jetzt von hier oben seht man's gut. Ja. Aber irgendwie bin ich wieder leicht enttäuscht, weil irgendwie... Äh. Da hinten sind doch noch zwei. Oder? Ja, das ist doch ein normaler, glaub ich. Hä? Haben wir gar nicht gesehen. Ach, hier ist... Ach, hier ist der Eingang. Hä? Sind wir hier runtergekommen? Hä? Bei denen müsste es doch noch vorbeigezogen sein. Das ist doch nicht der Eingang. Doch, das ist der Eingang. Ja, doch. Wenn ich mich nicht ganz täuscht. Doch, doch. Aber das sind normale. Was machen wir denn? Weil wir jetzt unter Wasser... Ja, ich würd sagen, dass wir da reintauchen. Gut. Dann nehm ich mal das Ding. Wie? Und äh... Ja, ich spring einfach mal von hier rein ins Wasser. Echt? Cheera Nemo! Das stimmt nicht. Oh! Doch, es geht. Es geht? Ja. Ja. Okay, dann mach ich's auch. Haha, du stirbst nie? Alter, ich hab wirklich... Ich bin... Ich hab voll viel Leben verloren. Du bist gar nicht ins Wasser. Boah, Alter. Du bist nicht weit. Ach, hier. Jetzt ins Wasser. Na egal. Gar los. Außer, ich geh jetzt da unten rein. Alter, das leckt da mir voll. Alter, das leckt voll... Nein! Wann haben wir gespeichert? Ah, jetzt geht's. Oh Gott sei Dank. Alter... Wie weit geht's? Sehr, sehr tief. Ist hier... Was ist denn das hier? Das ist... Ein Arm? Nein. Holzstöckchen. Ey, was ist das da unten? Das weiß, oder? Ja, das würde wahrscheinlich wie nur so ein Gestein sein. Ach so. Alter, da bin ich jetzt... Ich bin grad voll aufgeregt, Mann. Ich hab echt ein bisschen Schiss, weil ich... Ich... Ich möchte das Spiel jetzt nicht durchspielen oder sowas. Ja, ich mach eigentlich auch nicht. Also, ich mag schon irgendwann mal durchspielen, aber... Ich hoffe, dass wir nochmal weiterbauen können. Wieso schwimmst du so schnell? Ach so, mein Ausdauer ist alle, deswegen. Ich drück die ganze Zeit, dann kannst du nicht aufladen. Wieso schwimmst du so schnell? War bei mir auch schon mal so, dass du auf einem Ort extrem schnell schwimmen konntest, Ich weiß nicht, nicht. Gut, das kann ich auch nicht mehr schnell schwimmen. Ah! Ist mir in der Höhle drin. Echt? Cool. Wunderbar. Ach ja. Ich... Zum Glück erfriere ich ja grad wieder gar nicht. Ja, aber das ist... Ah, und wir haben keine... Ah, scheiße, wir haben keine Dinge dabei. Ach, jetzt muss es auch... Sticks. Sticks. Naja, ich hab... Facke. Ist was aufgekommen? Was ist das? Ja, aber auch wegen Essen und so. Ich kann nicht die ganze Zeit... Alter, wo... Wie... Wie schnell warst? Ach, jetzt. Ah, wieso geht's immer wieder aus? Oh, was ist das? Ne Zeichnung von Timmy. Wie... Der hat irgendwas im Mund, irgendwas zu tauchen oder so. Okay, das sieht's gebaut aus. Hier sind so Stützen. Ach, hier geht's wieder weiter mit... Ah, ne, halt. Da geht's weiter. Habe ich hier gar nichts, man. Moment, aber hier kann man dann wahrscheinlich auch... Was ist das? Glaubst du, man kann hier irgendwie runter tauchen? Was ist das? Glaubst du, man kann da tauchen? Bestimmt. Naja, weit geht's nicht. Okay, also... Aber da liegt irgendwas. Ich habe irgendwas aufgehoben. Hä, was ist das? Da kann man irgendwas sammeln. Die ganze Zeit eh drücken. Was ist das? Knochen vielleicht. Kann man das gleich anschauen. Die Kollekt... Sticks! Sticks sind das. Achso, ich habe jetzt nicht... Echt... Ich habe gerade jetzt vier Sticks aufgenommen. Oh, ja, ja. Drei Sticks. Sehr schön. Ihr könnt... Achso, ist gut. Kommen wir jetzt von... Alter, schau dir das mal an, Alter. Ja, ja, ja. Hörst du's? Ja, ja. Achso, das sind normale. Ich dachte schon. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil die so ineinander stehen. Das sah so aus, als wenn das... Uah! 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 Gut, das war's. Ah, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe auch wieder Hunger. Ich habe so viele Snacks, ich habe jetzt nochmal einen Snack gegessen. Komm... Mach das Licht an. Also die Snacks gehen doch... Kann man nicht kaputt machen... Die Snacks gehen doch ganz schön schnell weg. Das sieht auch aus wie so ein Deke hier, ne. Ja, es ist echt nur Notfall-Rationen mit so einem Snack... Oder was ist denn das, was hier so knistert? Ich weiß es nicht, ich hör's aber... Oh, Alter, beinahe ich. Haha, wirklich genau so. Wollen wir erst da runterschauen, oder? Alter, ist hier so groß, ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Hier geht's auch runter. Ich weiß nicht, ob im Wasser oder irgendwas... Schauen wir erst mal da rüber. Ach so, das ist alles Wasser hier. Ach du Scheiße. Hm, dann gehen wir da runter. Komm, ich will jetzt nicht tauchen. Komm, wir da wieder... Ich glaub, da kommen wir... Ja doch, da kommen wir schon hoch. Ach, das ist Wasser. Ja, das ist natürlich, das ist Wasser. Ich seh doch kein Wasser. Hä, was? Weil das ist schon so verpackt, oder was? Ja. Warte, ich werfe mal ne Flair runter. Da geht's weiter, ja. Hier ist ne Höhle. So langsam muss ich mal die Luftflasche tauschen. Ach so. Ach so, okay. Wir wissen nur was schon nicht. Ähm. Steh ich auch bei dir? Was? Ich steh hier. Ich seh gar nicht, soll noch was mit mir ne Fackel machen. An equip. Ach zum Glück, ich habe ja nochmal vier Gas... äh... Gaskanister... äh... Luftflaskanister. Ja, ich hab auch noch paar. Gott sei Dank. Du läufst bei mir grad auf Wasser. Du läufst bei mir grad auf Wasser. Gut, bei dir ist es halt wieder verbockt. Vielleicht sollten wir mal speichern und nochmal neu starten dann, nach der nächsten Folge. Ja, das wäre vielleicht ganz geil. Nach einer gewissen Zeit wacken bei dieses Spiel rum habe ich es gefühlt. Ich bin... Hier ist überall Wasser bei mir. Sogar das Seil ist im Wasser. Hä? Ne, beim... Da gehst du jetzt ganz schön tief runter oder... Warte, mach mal so ein Speicherding, weil ich seh grad gar nichts. Das ist ganz... Ich seh alles nur Wasser. Es ist bei mir alles grad Wasser. Können wir das überhaupt bauen? Wie viele Sticks hast du denn jetzt? Wir haben müssten jetzt? Ich hab... 4. Ich hab auch 4. Wir bräuchten aber 14 für Speichern. Scheiße. Jetzt, wo wir Sticks bräuchten, ne? So ein... Ich seh gar nichts. Bei mir ist ja alles voll Wasser. Ich spring einfach in der Luft rum bei mir grad. Äh... Du stehst auch bei mir im Wasser auf Luft. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kann man aber nicht speichern oder sowas. Ach shit. Oder was, ähm... Man kann ja auch dieses Hunting Shell... Ah ne, da braucht man... Blocks. Baumstämme. Scheiße. Ähm... Ja. Ich weiß nicht, wo bin ich bei dir grade? Ich bin hier, ich komm... Du bist... Du bist auf dem Felsen drauf, wie ich. Ja, komm ich hier nach vorne? Du sprichst du... Nein. Du sprichst dann gegen die Wand. Sag mal, vielleicht komm ich dann... Wie kommst du denn hoch? Ja, komm halt... Komm halt hier zu mir her. Ja, jetzt bin ich bei dir. Komm... Komm mal von mir her. Guck. Ja, da geht's nicht. Da, da, da... Ah, jetzt. Okay. Jetzt ist ja ein Seil, wo wir runter könnten. Ah ja, okay. Dann machen wir das mal. Und da hinten ist ne Wand zum Klettern, weil ich seh die Dinge in der Luft schweben. Haha. Die Stückchen Seile. Vielleicht geht's ja dann wieder, wenn ich hier runterrutsche. Hä? Ja, hier ist Boden. Hier ist normaler Boden bei mir. Oh Gott sei Dank. Hä? Da ist doch... Ist da... Ah ja, da kann man hochklettern. Ist da ne Wand auf grad, wo ich dagegen springe? Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Warte, ich geh mal kurz ins Menü. Und wieder. Ach verdammte Scheiße. Wenigstens seh ich denn so geheime Räume, wenn ich durch Wände gucken kann. Ähm. Ich bin oben. Ich bin da hochgeklettert. Alles klar. Bei mir... Jetzt ist hier alles voller Boden bei mir. Haha. Komm halt wieder her. Da ist... Du grenzt grad gegen eine Wand. Ja, ich seh's. Also die Dinger seh ich in der Luft. Nein. Links. Links. Ja. Nein. Ja, gradaus. Genau. Und jetzt rechts. Was rechts? Jetzt hochklettern. Da ist nichts. Machst du. Ja. Genau. Geh gradaus. Geh nochmal gradaus. Nein, nicht rechts. Rechts. Ne. Geradeaus. Genau. Jetzt. Jetzt klettern. Ah. Jetzt... Jetzt einfach hoch und nach... Alter, wie du... Ist bloß nach unten geflogen. Alter, wie es ausschaut, wenn man klettert, Alter. Wie hoch du einfach springen kannst. Das ist grad voll so wie so ein Minispiel. Wow. Das war's klar. Bin ich oben? Ja. Okay. Ich lauf... Wie jetzt hinterher, weil bei mir ist hier... Ich... Wir schweben beide in der Luft. Es ist grad wie so ein unsichtbarer... Oh je, oh je, oh je, oh je. Gott, ich muss hier richtig so hinterher. Das ist grad ziemlich eng. Kann auch sein, dass du mal irgendwo hängen bleibst. Äh... Was ist denn? Oh, alter. Was ist das denn? Was denn? Voll... Voll großer Raum hier. Äh... Da geht's ziemlich tief runter. Oder? Ja, ich seh den großen Raum. Also ich seh den riesen Höhle. Riesenhöhle. Aber da ist nichts bei mir. Da ist nur Boden. Zumindest unter uns. Also weiter uns. Ne, bei mir ist jetzt... Unter mir ist jetzt Wasser. Echt das Wasser? Oh Gott, ich... Ich seh auch. Oder hör auch. Eingeborene. Ah ja, die Eingeborenen seh ich. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fünf Stück. Fünf Stück. Fünf Stück für mich. Du siehst ihr. Die seh ich? Das ist... Wenigsten etwas. Aber wir müssen unbedingt... Wir müssen Stix finden. Weil sonst... Ich kann's so nicht weiter spielen. Das geht's so nicht. Ja. Ja, natürlich ist jetzt eine scheiß Fackel aus. Ja, ich seh auch... Ach jetzt ist... Die ist wirklich aus. Wenigstens sehe ich die noch. Nein! Was? Hä? Wo bin ich runtergeflogen jetzt? Was ist das? Wo bin ich? Sag mir das mal. Du bist runtergeflogen. Ich hilf mir. Ich bin gleich tot. Die greifen mich alle an und ich kann mich nur wehren. Ich habe keine Rüste mehr. Nichts mehr. Ich muss mir einen schnellen Medic nehmen. Ne gut, aber vielleicht wenn du stirbst, dann ist das natürlich alles normal. Das könnte sein. Alter, schreit halt nicht so. Wo sind wir denn hier jetzt? Ich sehe gerade gar nichts. Soll ich mich nur schnell töten lassen, damit du mich wieder realisieren kannst? Wie viel Ding hast du alles? Vielleicht geht es wirklich. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wo bin ich hier? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Ah, okay. Da geht es nicht weiter. Okay. Das sieht so lustig aus. Die Leiche, die schwebt einfach in der Luft. Alter. Kill die mal. wie war ein energy weißt du das noch zu kombinieren kombinieren medics es geht gerade schlecht weil die mich hier gerade angreifen das war glaube ich schick kohlen flower und das war's noch nicht so dass du aloha wäre noch dazu haust dann wird es noch mehr energie damit seine gibt es glaube ich richtig im kopf ja ich auch das wird lustig wenn ich mir dein video anschauen ist darum rennen und dann weiß ich wie es bei mir aussah das wird lustig ja bei mir ist einfach nichts bei mir ist da nichts ich sehe einfach eine riesenfläche bei mir ist alles frei grad wo wir laufen da ist nichts alter das sind noch drei also wenn sie dich einmal erwischen dann musst du echt dann hast du voll ich treffe gerade keine ich nehme jetzt mal die flairgang ja genau macht es mal mit medizin drin zwei das ist schon wieso habe ich keine flers mit genau dann nutze ich die mal nicht lehrern aber da kann man sich nicht werden er brennt jetzt mal die zähne her danke ich würde gerne sagen jetzt könnte man lagerfeuer machen ja es ist schon hier wir sind schon 22 minuten müssen unbedingt was so ok es ist halt gerade echt schlecht hier gerade zu beenden bei mir fangen die nicht an zu brennen das ist ganz kurios aber die rennen auch wie so behinderte kraft ja irgendwie doch in ganz zu feuer dann was machen soll ich würde gerne sagen er macht mal lagerfeuer zum knochen hernehmen aber die sticks brauchen einfach doch ich glaube das waren es ja keine mehr und ich kann natürlich wenn der sehen wie du weißt und ich bin wieder hungrig und durstig ach die snacks ich weiß echt nicht ja wir müssen direkt hier beenden man kann man das letzte mal gespeichert weißt du das noch schon ziemlich lange her das ist das problem da waren wir noch oben dass man noch oben gewesen wollen wir nicht mehr im sinkhole wir waren ja unten und da ja okay ich würde sagen danke fürs zuschauen und dann musst du schon dann ich hoffe dass ich irgendwie gebacken rick bis zur nächsten folge